willkommen auf einem kanal heute möchte ich dir hier diesen düngerstreuer vorstellen der marke unia und es geht dann natürlich auch gleich los so dass immer in den job ankommen da sehen wir hier unser unia mx der kostet 11.000 euro und 20 kameras die arbeitsgeschwindigkeit 18 mit dass die arbeitsfreiheit und wir können hier kalk und dünner also streuen also nicht nur dünner so da haben wir das gute stück und wir haben hier einen volumen wenn wir den standard gemäß kaufen ohne änderung 850 liter oder wir zahlen 1500 euro dann haben wir 1000 liter oder wir legen noch was drauf also viereinhalb 1000 1200 finde ich sieht auch irgendwie geil aus mit denen der seite mit den kantenschutz dann kann man hier in grün kaufen das kostet uns nicht extra oder hier in so art und ich denke wir nehmen wir im besten mal passt ganz gut hier in rot gefällt er mir irgendwie besser das geschmackssache sag ich mal so kaufen uns gute stück für 15.500 euro da haben wir jetzt hier das gute stück ist passt gut hier zu uns case und haben wir seitlich hier schauen dass man rankommt unser aufkleber und hier wie man sehen hier der schriftzug auf der zaffel ist auch schick aus das steht hier schön drauf hier mx 1200 könnten ja noch noch einmal kaufen kaufen den als standard gemäß und schauen ob der auch einen anderen schriftzug hat dann sehen wir hier auch wie man ladevolumen hat dann steht hier 850 beim anderen werden dann stehen 1.000 da oben stehen so wir starten uns den case und fahren mal schön zurück hängen das gute stück mal an und da haben wir hinten noch eine kupplung da kommen wir uns das jetzt auch gleich noch testen ob jetzt da hinten die induziert ist oder ob die auch funktioniert sehen wir jetzt hier funktioniert auch also könnte jetzt noch ein anhänger hier so ein überladewagen oder irgendwas ranhängen und hier mir den dünger auffüllen wenn er fertig ist und wir fahren jetzt dann mal und schalten mal die rundum leuchten ein kommen auch gleich hier schauen hier unsere blinker funktionieren auch bremslicht so dann tun wir hier mal ein paar filmen mit kalk sehr schnell voll und rückfahrlicht bremslicht das normallicht hier wie wir mal sehen funktioniert auch ich habe schon mal den mal getestet gab also er braucht ziemlich viel also am verbrauch ist er sehr gut hier und und bin jetzt soweit rüber gekommen ich habe das gps habe ich jetzt nicht aktiviert und der case hat gps werde ich noch mal dazu kaufen müssen und und jeden fall sieht das ganz gut aus finde ich verbraucher wie erwähnt ist das sehr großzügig und schauen uns mal hier die log an dann sehen wir hier unser unja hat da keine fehler wir sind die gewohnten eros das mal haben von scheint das hatte ppp ja dann wie gesagt also wir haben hier so seitlich hier unsere aufkleber hier drauf sehr ganz gut von der verarbeitung her finde ich ihn sehr schön gemacht ja wenn dir das video gefallen hat dann schaue es natürlich wieder rein würde mich natürlich freuen ich sage servus grüß euch euer Franz